Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Montag. Krass, irgendwie ist mir wie Wochenende. Aber es ist Montag, der 25.12.2017 um 11.08 Uhr. Erster Weihnachtsfeiertag. Ja, wie war euer Weihnachten? Ich hoffe doch gut. Bei mir war die Familie da. Irgendwie gestern, wann waren sie denn hier? 15.00 Uhr, irgendwas in dem Dreh. 15.30 Uhr vielleicht. Und dann haben wir noch gequatscht und Kaffee und Kuchen und Karten gespielt. Und dann waren wir um 18.00 Uhr im Hotel die Weihnachtsgans abholen. Und um 19.30 Uhr oder so war Bescherung. Und dann haben wir um 20.00 Uhr noch einen Film geguckt. Das war ein rundum sehr angenehmer Abend. Die Familie hat sich momentan in einem Hotel in Kreuzberg, glaube ich, verbunkert. Also die letzten Male, wo sie hier waren, haben sie dann immer auf dem Sofa geschlafen. Aber das wollen sie irgendwie nicht mehr. Und jetzt sind sie in einem Hotel untergekommen, was aber auch ganz okay ist, glaube ich. Also vom, wie soll ich sagen, vom Luxusfaktor oder vom Komfort her ist das dann doch schon besser, als auf einem Sofa zu pennen. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, und heute Abend oder heute Nachmittag sehen wir uns wieder. Irgendwann gegen 15.00 Uhr werden sie wieder hier sein und dann gehen wir heute in den Botanischen Garten irgendwo in Berlin-Steglitz. Da ist irgendwie über Weihnachten oder schon seit Anfang Dezember immer so schön weihnachtlich beleuchtet. Und das wollen sich Mama und Jens angucken und dann gehen wir da mal hin. Ja, und ansonsten werde ich jetzt gleich, also ein bisschen früher vielleicht sogar nicht um 12, sondern eher so 11.45 Uhr schon mal den Stream anmachen und ein bisschen Life is Strange spielen, damit ich zu 15.00 Uhr fertig bin. Und falls ich nicht bis 15.00 Uhr fertig bin, müssen wir das irgendwie dann heute Abend fortsetzen. Wir gucken einfach mal. Also wie gesagt, ab 15.00 Uhr ist dann erstmal Ruhe, weil wir dann im IAL unterwegs sind, im Real Life. Aber nicht hier auf Twitch oder YouTube, sondern im echten Leben, ja. Also ansonsten, habe ich irgendwas? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich wünsche euch einen wunderschönen ersten Feiertag. Habt eine schöne Zeit. Ja, kommt gut durch den Tag und wenn ihr mögt, sehen wir uns gleich oder dann morgen, glaube ich auch 12.00 Uhr, habe ich angedacht für Sipnautica. Also dann habt einen schönen ersten Feiertag, fresst euch die Bäuche voll und dann bis später oder demnächst. Tschüss.